Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video, wir spielen, ah ok, what the fuck, ich werde mich voll erschrocken, wir machen heute die No Risk Border Run Challenge, oh fuck, die Border Run Challenge, yo, die Border Run Challenge, äh, ja, wenn ihr No Risk Video gesehen habt, dann wisst ihr, was die Border Run Challenge ist, äh, ich mache jetzt einfach mal einen First Try, so, also durch die Border zu rennen, ich bin da noch, ich glaube seit Simpel bin ich da nicht mehr rüber gegangen, das habe ich, glaube ich, letztens, irgendwann vor zwei Jahren mit Grappler versucht im Stream, aber jetzt versuchen wir es mal mit Blink, und ich würde sagen, ID Hopp, äh, ich habe by the way, Sloan ist 2, weil ich so viel Recraft habe, suchst du direkt so, also, ne, du kriegst ja 3 Herzenschaden, also eigentlich musst du immer mal den 2. 5. Ich motiviere dich, komm, du schaffst das, du schaffst das, komm, Junge, warte, ich habe eine Idee, ich halte in der Hand was, was du willst, warte, kannst du besseren Knockback in der Hand halten? Bot Bot. Bot Bot. Aaaah. Mönnen sind gut für die Augen. Das willst du doch, ne? Komm holz hier. Heheheheh. Du kannst doch Grandmaster gewinnen, also streng dich an. Aber... Bot Bot Bot. Bot Bot Bot. Das ist irgendwie richtig schlecht hier bei mir im Inventar. Ahhhh. Oh, verdammt, nein, meine Bowls. Das ist was ich dir gesagt habe. Ja, das ist wirklich schwer. Ich will die Kokopins. Ja. Du bist bei 800 Metern, also da geht noch was. Yes. Da geht noch was. Er hat noch zwei Stacks. Da kann man noch ein bisschen laufen. Wir sind bei neun, vielleicht hast du tausend Meter erreicht, auch. Zieh durch. Langsam atmen, langsam atmen. Und gleich mal machen wir einen Recraft. Mach mal einen selten Recraft. Oh, und schön nicht paniken. Hier doppelklicken, die Bowls doppelklicken. Du kriegst das, ähm... Gleich kommt der Recraft. Und doppelklicken und doppelklicken. Oh, ich hab keine Slons mehr. Jetzt, jetzt, das heißt sprinten, das heißt sprinten. Und anziehen, genau. Und mehr Planks benutzen. Und doppelklicken. Nanananananananananananananananananananananananananananananananananan. Oh. Ich glaube mit einmal Balls ist viel besser, oder? Weil das Problem da gerade war, mit zwei Balls, wenn ich da einige doppelklick, dann wechseln die ganze Zeit hin und her. Hey. What the fuck? Nein. Nein. Ah. Soul Sand. Oh, oh, this is really bad for him. Aber er hat 1400. Digga, du bist richtig shit. Du hast so viel geschafft wie ich. Mit einem Stack. Yes. Haha. Muss mehr blinken. Oh, das ist echt nicht weg. Hä? Digga, von wo du runtergesprungen bist. Ja, der Cooldown ist letztlich. Den musst du noch mehr benutzen. Ja, der Cooldown ist übel niedrig. Du hast aber schon mal mehr geschafft als ich. Wie viel habe ich denn? 1500. Du musst auch auf 3 drücken. Nein. Blink. Der hat die letzten Meter. Au. Oh. Ich warte 1571. So einen langen Schwanz hast du eigentlich. Also. Dankeschön. Mal gucken wer den längsten hat. Mach das auf. Yes.